Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich Willkommen zu einem weiteren Part von Final Fantasy 9. Ja, was machen wir? Wir können es nochmal versuchen mit dem Kerl da. Ich muss dafür nur kurz vorher Aiko fixfertig heilen. Dann werden wir es vielleicht mit Karl Funkel eventuell probieren können. Boah, der ist halt echt heftig, ne? Boah, der ist halt richtig heftig, der Kerl. Wow, naja, vielleicht ein paar Abilities noch wechseln, ich habe keine Ahnung. Da gibt es ja was mit 50 hier. Drei Punkte würden uns fehlen, Anti-Refleck. Dann was? Neutralisiert Refleck und ermöglicht die Ausführung von Zaubern. Aha, okay. Vollmond, da wird die Trance schneller voll. Was haben wir noch? Ensognia, verhindert Schlaf. Auch Broschen. Und verhindert Grünfuß. Verhindert Staub. Gibt es noch was? Gift und Doxitus. Frost und Droh. Auf jeden Fall, brauchen wir alles. Ach, ja, da fehlen uns halt ein paar Büchchen. Ich glaube, ich lasse das einfach. So. Boah. So. Linden, da. Ja. Das passt normalerweise auch. Ich hoffe es. Puh. So. Dann kann man hier noch was machen. Wilhelm Tell, da macht er mehr Damage. Stärke Bonus Pestizid. Was konnte die hier? Gleiche Angriffsbedingungen aus vorderer und hinterer Reihe. Aha. Herzenstein. Fliegende Monster. Das war... Ja, das brauche ich unbedingt drinnen. Das wäre auch nicht schlecht überfallen, ne? Götterspeise, Stein und Gips. Gift auf Galle wäre auch nicht schlecht behalten. Thermometer Frost. Kavalier. Das nehmen wir mal weg. Das macht er so selten. Ähm. Nanu? Äh, was machst du denn? So, das will ich weg haben. So. Und stattdessen wollte ich... ...überfallen nehmen. So. Geld und Leben, wenn man fliehen müsste, ne? Throntäubchen. Nehmen wir es auch mit. So. Der gute Vivi. So, Zauberneutronen. Plus 50% im B. Hm. Konterzauber schlicht, ne? Jo. Jo. Was nehmen wir weg? Ich glaube, gar nichts nehmen wir weg, ne? Das ist ja immer alles so brauche, wie es ist. Und der gute Stein, ne? Kann man bei dem noch was machen? Ich bin jetzt ein Schaden zu. Weißt du was? Ich werde das hier wegnehmen. Äh. Werd. Jo. Werd, ähm. Klar rein tun. Was haben wir hier noch schönes? Umtoten. Ich bin jetzt ein Schaden zu. Ich werde das so vielleicht probieren. Ich weiß nicht, ob es ein Dämon ist. Oder vielleicht nur ein Toter. Aber ich glaube... Ich glaube, das ist nicht verkehrt. Ich hoffe es halt. Puh. Nochmal probieren. Ha. Ja. Wenn es ihnen wenigstens eine bessere Waffe geben würde, ne? Bla. Bla. So. Dann nehmen wir es halt auch nochmal. Vielleicht klappt es ja. Aber da müssen wir den scheinbar wirklich auf Zeit besiegen. So richtig. Gern mal voll draufheizen. Scheinbar haben wir keine Zeit zum Stibitzen. Ich weiß es nicht. So. Okay. Ist aber schön. Wah. Ich wollte gerade sagen. Es... Hä? Geht schon? So schlecht? Das kann ja nicht sein. Das ist ein Zempfbombe, ja? Alter Schwere Kommt gar nicht dazu Äh, irgendwie Na, ich glaub nicht, der Funkel Wer das nicht hinbekommt Ich fürchte, werde ich mir die Zähne ausbeißen Hades, ja, ja, das ist schon einer dieser seltenen Viecher, glaub ich Was ich so im Internet mal gelesen hab, dann gibt's die doch Dann gibt es die doch, ach du heilige Jo Ha, ha, ha Ja Refleque, ja, ja Bam, 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 bam So, dann kann man damit items Man kann irgendwie derweil, ähm Versuchen irgendwie zu heilen, keine Ahnung Ja Keine Ahnung, von dem Kerl irgendwas Schlaues, äh, da und so Ich werd's mit dem Funkel probieren Vielleicht geht's jetzt noch aus Hermesstiefel Hermesstiefel Rubin-Glanz Schwert Haben wir da irgendwas von Wert Senktangriffskraft, vielleicht Ob das klappt, da wird sich hier Mut sein gegen sowas, ne So Ich stehe mir da ein Schaden zu, ist blitzaug Ich meine, es hilft gar nichts, wenn ihr, ähm, kämpft, ne Wegen dem scheißen Fleck So Dann wär's am besten vielleicht abwehren Verfehlt, ja Dann kann man ihn absolut nicht schwächen Hoffen und beten Sonst irgendwas ist keiner Senktverteidigungskraft, senkt Zauberabwehrkraft, senkt Zauberkraft Alle rücken aus, um Donner-Element-Shard zu Vielleicht Das ist halt echt, diese verwitschende Scheiße, ne Ja, chancenlos Ja, wenn wir den besiegen wollen, dann muss ich noch leveln Also ich denke mal mit Level 70 oder 80 kann ich's versuchen, aber so haut das nicht hin Ich wollte's noch mal probieren, aber na Ne, ne Sonne Das wird so nix So Da muss ich stärker werden Sollten wir leider das noch mal überspringen tun So Ja, ja, Quina Schwimm du nur Bla, bla, bla Vielleicht wenn wir auch die besseren Waffen haben, dass dann vielleicht noch was geht Ich schau jetzt einfach mal den Weg hier rauf Bla, 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 bla Bla, 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 bla Da soll es dann eben noch vier von diesen schweren Gegnern hier geben Wobei, glaub ich, der hier der leichtere sein soll, glaub ich Oder ist der schon der letzte? Ich hab grad keine Ahnung So Dann gehen wir halt weiter und zwar ran Also nach oben Soll das heißen, dass Gaia früher ein großer Zern war? Woher weißt du das denn? Ich weiß es ja gar nicht Aber ich hab's nur irgendwie in meinen Erinnerungen Das Aussehen unseres Planeten Ich weiß, dass es zu einer Zeit lange vor meiner Geburt war Und außerdem wurde ich hier auf Terra geboren Trotzdem besitze ich Erinnerungen an einen mir unbekannten Planeten Und ich weiß es auch Gaia war früher ein einziges großes Meer Auch ich scheine diese Erinnerungen zu besitzen Genau wie alle Bedeutet das etwa, dass früher einmal alles eins war? Ich weiß es einfach nicht So, bitte, jetzt sei hier mal irgendwo eine Waffe versteckt Bitte, bitte, bitte Bitte für mich Bitte, bitte Ach herrje Was bist denn du? Ich, Aquaton, herrsche über das Meer Und eure Reise findet ihr ihr Ende Ach so, der nächste Na super So schnell kann's gehen, mein Lieben So Dann werden wir's mal mit Blitzka probieren, ne? Ah, Linker, den Tag, die möchte ich den Tag Oh, oh Ähm Schutz So Genchi-Held geklaut, sehr schön Verfehlen wir's mal mit Blitzka probieren, ne? Verfehlt So, jetzt geht's mal weiter Greifen wir vielleicht den richtigen Tag hier an Oh, ich bin mir Oh, ich bin mir Oh, ich bin mir Und Blitzka Rechner, den Tag Rechner, den Tag So, jetzt geht's mal mit Blitzka 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 Okay. Gah. Joa, schöner Damage. Oh, der erste ist mal kaputt. Diebstahl fehlgeschlagen. Heiden ist noch nicht Not, ne? Wir könnten nochmal Marlin einsetzen. Oh, der zweite Tag ist kaputt. Oh. Oh. Das könnte dann schon sein Ende sein. Aber wir haben wenigstens die Genschi-Rüstung, das ist schon gut. Waska. Das gibt's auch? Okay. Waska. Aha. Das wäre vielleicht was für den Mina gewesen. Oder keine Idee. Ich hätte gerade keinen Sinn gehabt. Waska. 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 was. Waska. what. Waska. 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 Jetzt muss man das nicht mehr weg. So. Und Terra Hopi. Und da hat sie noch gebracken. Sehr gut. Level abkriegt da keiner. Ein Zelt-Hörer bekommt. Super. 2700 Gil. Das kann echt nicht sein, dass es hier nicht einmal eine Waffe gibt mehr. Euer Aldo. Das ist echt nicht nett. Ich hab echt gedacht gehabt, hier gibt es so viele Sachen für uns. Was ist denn dieser riesige Feuerball? Dem Anschein nach könnte es die Sonne sein. Das ist euer Planet Gaia, kurz nach seiner Geburt. Der neu geborene Planet Gaia? In diesem unendlich großen Universum wurde wieder ein Planet geboren. Was kommt dann hier nach? Finde es selbst heraus. Zu dieser Zeit erlangte Terra den Höhepunkt seiner Blüte. Aber die eigene Überschätzung der Terianer und ihr ihr Glauben, sogar das Leben des Planeten beeinflussen zu können, führte zu ihrem eigenen Untergang und zu meiner Geburt. Ja, super. Gibt es hier vielleicht eine Waffe für uns? Nein. War so klar hier. Da auch nicht, oder? Doch, da könnte es sein. Kronos... Kronostock. Aha, das gehört Bibi. Glaube ich. Kronostock. Kronostock. Oh ja. Totes Tribunal. Aha. Okay. Kann ich sonst irgendwas anziehen? Ah, die Lichtruhe braucht er noch. Aber hier vielleicht... Nein. Ah, der gute Steiner, diese Genshi... Diese Genshi-Rüstung, ne? Hm. Ein bisschen stärker macht sie ihn schon, ne? Dann ziehen wir sie ihm an, oder? Ah! Weiß ich, wurscht. Dann nehmen wir hier... Vielleicht hätte ich solche Sachen ankleiden sollen. Vielleicht hätte man dann bessere Chancen gehabt. So... Aha, wieder Kartenspiel. Okay, wenigstens eine Waffe haben wir bekommen. Das ist schon mal was. Das ist schon mal was. Hm? Oh. Ah, da ist der Nächste. Servus. Welschmach von hier vor euch. Totbringer zu erblicken. Oh ja, da haut er uns gleich, ne? Das sagt ich mich an. Na warte. Saugen. Mit Saugen wegstuck. So. Ja. Ui, jetzt zieht er eine mit Verlecken. Jetzt können wir gleich wie das neue Waffe jetzt gut machen. jetzt machen wir mal was. Ich nehme die ganze Waffe jetzt. Und da bin jetzt natürlich nicht klar. Wir müssen nicht wissen, wie du kannst dir das neue Waffe jetzt warten. Ich muss nicht mehr wissen, wie du bist. Weiß ich, was du bist. Aber der vorige passt ein bisschen besser zu einem kleinen Hexenmeister, ne? Das ist noch ein schwarzes Magiard. Erdbeam. Ne, das wär hier gut, ne? Jo, dann freilich. Ist logisch. Ich lebe fünf, tot. Ey, Chebel, schnickst du dich, stimmt. Alter, wer kehrt, ne? Sehr gut. Seleneflöte. Aha. So, jetzt geht's saugen mit der Magie über Bibi. So, heilige Magie. Wie das hier evtl. auch im Sturkey的时候. Und wieder Stippis. So, Völker, Eska, Blitzka. Ich werde wieder Sau genehmen. Ja, ja, Schutz. Genau. Das hilft dir leider nicht so. Ja. Wir rufen einmal in Barge. Und dann muss ich wieder heilen. Erdschüttelung. Ja, es hat viel Schaden angerichtet. Das ist gut. Terra, hope. Der Part ist auch gleich zu Ende. Nach dem Boss machen wir Schluss. Joa. Totes Cutter. Oh je. Jetzt hast du dich nicht gemacht. Das war ein bisschen schlau. Ja, ja. Toad, schau wieder. Ah, auf Eikon. War so klar hier. Jetzt ist die Frage, wer die letzte Genji-Rüstung hat. Fürchte ich. Oh. Oh. Ups. Ja. Ups. In Grund und Boden haben wir die Rungenschaft freigeschalten, so wie die Phönixdaune und einen Haufen Gild erhalten. Jo. Hm? Was haben wir da? Also, warte. Zuerst die gute Eiko wiederbeleben. Vielleicht kann man hier wieder zelten. Ja. Sehr gut. Ich werde es auch gleich ein zweites Mal benutzen. Das zählt. Das haben wir doch vollständig genießen, normalerweise. Bam, bam, bam. So, und unser Speicherritual. So. Jawohl. So, einfach hier drauf, genau. Gut, ihr Lieben, das war's wieder für heute. Ich bedanke mich wieder von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wie ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi.